ein herzliches hallo an alle bluffcatcher hier ist wieder euer coach eckesach mit teil 5 der grinding for the limits reihe an 6 50 nl no limit holdem full ring tischen ich habe schon mal die tische eine zeitlang angespielt um stats zu sammeln und einen ersten eindruck von den spielern des 50 nl limits zu gewinnen ziel ist es euch in den kommenden 45 minuten mit live kommentaren zu den händen sowie einigen infos zum limit und den notwendigen konzepten zu versorgen am ende schauen wir uns dann noch kurz in dem holder manager die session an und analysieren die produzierten stats dann legen wir auch gleich mal los viel ist nicht passiert außer ein gewonnener stack oben links mit geflopptem set gegen getörnten trips das war ganz nett dafür habe ich da auch gleich wieder ein squeeze plus conti bett versemmelt und ansonsten ein paar kleinere pötte gewonnen paar kleinere verloren nicht allzu viel bewegung gewesen an anderen tischen somit pocket 9s hier mache ich ein isolation race 250 ist glaube ich okay ich kann jetzt wirklich noch nicht einschätzen ob das ein schwacher spieler ist der hier mit einer weiten hand range in utg limt oder ob es jetzt vielleicht ein tricky trappi player ist der hier so was eigentlich bloß mit irgendwelchen monstern macht ihr das slow plate aber im zweifelsfall sollte man wenn man sich nicht sicher ist aggressiv sein das ist so ein guter leitspruch 0 mit holen noch hier auf dem king board meine conti bett ich gehe davon aus dass es ein board ist was er ich getroffen habe und nicht mein gegner und das mit der conti bett hat den pot sehr sehr häufig mit einsammeln wenn er mich hier callt hat er entweder jan king x jack x getroffen straight draw flash draw und ich denke dass es hier nicht so viel sinn macht die gegner von einem könig herunter zu bluffen deswegen will die free card ich kann mich auch noch verbessern mit meinem zwei auto ärgerlich wenn er queen ten hat aber in den meisten fällen sollte ich hier die bessere hand haben und das ist auch meines achtens ganz guter spot für einen value race pot ist groß ich habe meine hand verbessert und die einzige hand die mich wirklich nervt wirklich schlägt ist queen ten wenn er sie hat dann ist es halt bedauerlich aber in allermeisten fällen kann ich dann auch value von schlechteren händen holen wie zum beispiel von diesem etwas sehr schlecht gespielten pocket aces das gegner hier gibt es den 13 7 da mit einem sehr niedrigen aggression faktor der meine bett callt und dann auf das dritte herz eine donk bett macht ich gebe mir erst mal credit für eine hand und folde hier meinen top per top kicker denn falls er will sich ein flash hat oder vielleicht auch ein slow geplaytes set dann bin ich halt ja drawing dead und einem super titan weak titan spieler den man hier anhand der stats schon rauslesen kann denke ich dass ich da halt in allermeisten fällen hinten bin dass er nicht so viel blufft und gegen seine value bet hände bin ich halt hinten ja noch ein kleiner kommentar zu den aces es ist glaube ich okay damit zu limpen aber limp call würde ich nicht machen denn der gegner war out of position sollte limp rerace machen versuchen sich ein möglichst kleines spr für seinen overpair zu basteln und nicht out of position noch ja viel anstecken dran lassen um eventuell ausgeplayt zu werden und so wie es gekommen ist ja da war schon sehr ärgerlich so mit pocket achten werde ich hier glaube ich holen ein spiel hinter mir kann gut sein dass ich da noch gut bin auf dem board aber spielt sich halt mit der overcard relativ schlecht auf späteren straßen auch out of position wenn ich da noch eine bett bekommen vom gegner am turn weiß ich nicht wo ich stehe ja doch nicht